Ich lerne Deutsch. Nummer 11927 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Vergiss bitte nicht, dich anzuschnallen. Vergiss bitte nicht, dich anzuschnallen. Ich bin in der Lage, mich von alten Überzeugungen zu lösen und meine Gedanken bewusst zu lenken. Es gibt gute Neuigkeiten. Dank der neuen Therapie bist du jetzt vollständig geheilt. Es gibt gute Neuigkeiten. Dank der neuen Therapie bist du jetzt vollständig geheilt. Seitdem ich jeden Tag Obstsalat esse, ist meine Haut viel glatter geworden und ich fühle mich besser. Seitdem ich jeden Tag Obstsalat esse, ist meine Haut viel glatter geworden und ich fühle mich besser. Zu den Aufgaben eines Barkeepers gehört die Einhaltung der Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften. Hast du dieses Brot selbst gebacken? Woraus besteht es? Hast du dieses Brot selbst gebacken? Woraus besteht es? Ich schneide die Tomaten. Du kümmerst dich um die Nudeln und das Hackfleisch. Ich schneide die Tomaten. Du kümmerst dich um die Nudeln und das Hackfleisch. Ich schneide die Tomaten. Ich schneide die Tomaten. Du kümmerst dich um die Nudeln und das Hackfleisch. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Schau! Schau! Vielen Dank.